Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quick-Tip am Montag hier im Recording-Blog. Und unser heutiges Thema sollen mal symmetrische und unsymmetrische Kabel sein. Vor allem symmetrische Kabel, wie sie funktionieren und warum wir sie im Studio überhaupt verwenden, Schrägstrich verwenden sollten. Fangen wir mit dem unsymmetrischen Kabel an. Woran erkenne ich ein unsymmetrisches Kabel? Schwieriges Wort, ne? Unsymmetrisches Kabel, ganz einfach. Ein unsymmetrisches Kabel hat in der Regel zwei Pinne. Haben wir hier mal ein Klinkenkabel, ein Instrumentenkabel, ein Pin, eine Ummantlung, fertig. Im Inneren dieses Kabels, hier läuft eine Ader durch und darum läuft dann so ein Drahtgeflecht. Das ist die Abschirmung und dieses normale Kabel, was hier durchläuft, dieser Draht, der kommt hier oben an und die Abschirmung wird dann hier oben angelegt und das war's. Auf der anderen Seite kommt es natürlich wieder raus. Bingo! Soweit so gut die Abschirmung, also dieses Drahtgeflecht, was um den normalen Signalleiter drum geht, soll dafür sorgen, dass die ersten groben Einstreuungen von Störfeldern und so weiter abgehalten werden und rausgefiltert werden. Nutzt man im Prinzip bei Instrumenten zum Beispiel. Aber warum benutzen wir jetzt im Studio symmetrische Kabel? Was ist der Unterschied? Nehmen wir mal so ein symmetrisches Patchkabel. Da siehst du schon im Prinzip optisch erstmal das gleiche Kabel, aber wir haben hier drei Pinne. Wir haben eins, zwei und die Ummantlung. Die Ummantlung ist die gleiche, das heißt hier ist auch wieder so ein Drahtgeflecht drumrum gebuddelt, das dafür sorgen soll, dass die ersten Einstreuungen abgehalten werden und rausgefiltert werden. Aber warum zwei Adern? Ganz einfach, hier im Kabel laufen nämlich zwei Adern durch und die sind hier jeweils angelegt. Das heißt, das symmetrische Kabel unterscheidet sich vom unsymmetrischen allein schon dadurch, dass du hier drin zwei Adern drin hast und im normalen symmetrischen Kabel nur eine Ader. Aber was ist jetzt der Trick bei der ganzen Geschichte? Warum soll man symmetrische Kabel benutzen? Ganz einfach, wenn wir hier ein Signal anliegen haben, wir stecken dieses Gerät, Gerätekabel mal zwischen zwei Geräte, dann liegt hier an der Spitze, liegt das normale Signal an und bei dem zweiten Leiter, der hier durchläuft, bei dem Innenleiter, ist es so, dass hier das gleiche Signal anliegt wie an der Spitze, aber phasengedreht. Und das Ganze läuft dann hier durch, die beiden Signale, einmal das normale und einmal das phasengedrehte, läuft hier durch, durch die beiden Adern, kommt auf der anderen Seite wieder raus und am anderen Ende werden die beiden wieder zusammengeführt, indem man bei dem phasengedrehten wieder die Phase dreht und dann beide zusammenfügt. Jetzt wirst du dich fragen, warum so ein Heckmeck? Ich meine, man kann es ja auch wie beim unsymmetrischen Kabel einfach mit einer Ader machen und dann soll es doch auch laufen. Der Trick ist, dass hier ja das normale Signal reinkommt und das phasengedrehte Signal reinkommt und hier auf der Strecke, was bei diesem Patchkabel jetzt ein bisschen kurzer erscheint, aber nehmen wir mal an, das wäre jetzt ein 9-Meter-Kabel, dann kann da schon einiges an Einstreuungen passieren unterwegs. Es gibt Magnetfelder von irgendwelchen Netzteilen, das Kabel läuft an einem Verstärker vorbei oder sonst was irgendwie und überall gibt es verschiedene Störeinflüsse, die alle auf das Signal hier drin wirken können. Aber diese Störeinflüsse, die wirken ja gleich auf beide Adern. Nochmal zur Erinnerung, wir haben ein normales Signal, ein phasengedrehtes und diese Störeinflüsse, die wirken jetzt hier gleich drauf. Ich habe das auch hier mal eingeblendet, damit du auch siehst, wie das optisch aussieht. Und wenn jetzt am anderen Ende die beiden Signale wieder zusammengefügt werden, das heißt das normale Signal und das phasengedrehte wieder zusammengefügt werden, dann werden die Störsignale auf dem phasengedrehten Signal ja auch umgedreht. Weil die jetzt aber auf beide Signale gleichgewirkt haben, sind die jetzt plötzlich umgedreht in der Phase zu dem normalen Signal. Das heißt, die löschen sich am Ende des Tages aus. Das heißt, am Ende des Tages kommt hier zweimal das Signal wieder raus. Hier wird die Phase gedreht, die beiden werden zusammengefügt und kommen hier wieder als normales Signal raus. Aber sämtliche Störsignale haben sich quasi gegenseitig ausgelöscht. Das bedeutet, dass man mit symmetrischen Kabeln, vor allem auf langen Strecken, dafür sorgen kann, dass auch bei geringen Signalpegeln, wie zum Beispiel bei einem Mikrofon, ich habe hier mal so ein XLR-Kabel, das ist ja das gleiche Prinzip, bei so einem Mikrofonkabel, da sind auch drei Pinne, einer für die Schirmung und zwei für das Signal, dass da auch bei Geräten oder Mikrofonen zum Beispiel die geringe Signalströme übermitteln, trotzdem dafür gesorgt wird, dass die komplett frei oder meist frei von kompletten Nebengeräuschen sind, von irgendwelchen Einstreuungen von irgendwelchen Netzteilen oder sonstigen irgendwie. Mit anderen Worten, symmetrische Kabel sorgen dafür, dass man auf langen Strecken oder wenn man ganz sicher gehen will, definitiv keine Einstreuung in die Kabel hat, egal was da passiert. Denn das Prinzip von der normalen Übertragung und der phasengedrehten Übertragung und der Zusammenführung hinterher durch die Phasendrehung wieder mit dem anderen Signal, die sorgt dafür, dass kaum oder wenig oder gar keine Nebengeräusche im Prinzip bei der symmetrischen Signalübertragung passieren. Wenn du jetzt sagst, naja gut, auf so einer kurzen Strecke, was soll da schon an Einstreuungen kommen irgendwie so? Ja, gebe ich dir recht, theoretisch kannst du auf solchen kurzen Strecken auch ein ganz normales unsymmetrisches Kabel nehmen, aber wenn du überlegst, dass der Unterschied zwischen einem symmetrischen und einem unsymmetrischen Kabel maximal, was weiß ich, 10, 20 Cent vielleicht sind, dann investiere lieber an der Stelle ein kleines bisschen mehr und sei sicher, dass der Fehler definitiv nicht hier vom Kabel kommt. Da kannst du dann auf jeden Fall sicher sein. Also spar nicht am falschen Ende, sondern nutz immer symmetrische Kabel, da wo du sie auch einsetzen kannst. Und ich hoffe, diese Erklärung hat dir ein kleines bisschen weitergeholfen, warum es sinnvoll ist, dass wir symmetrische Kabel benutzen und vor allem, wie sie funktionieren. Wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste. Mach's gut und Yassu!